Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist rund, es ist farbig, es dickt und es gehört dieses Jahr unbedingt ins Osternest. Richtig, Swiss Re-Watch, die Uhr, die Sie exklusiv bei GOP, Radio TV Steiner und Interdiscount bekommen. Normalerweise weiss man ja nicht, was mit einer Befränkedose passiert, wenn sie leer ist. Ganz anders ist das bei Re-Watch, der Uhr aus Recyclingmaterial. Jede Re-Watch ist einzigartig und ein einmaliges Sammelobjekt. In jeder Re-Watch erkennt man die ursprüngliche Getränkedose und keine Uhr sieht aus wie die andere. Auch Teile des Armbands dieser Einzelstücke sind übrigens Recycling. Bei einzelnen Modellen stammt das Leder sogar aus dem Sitz einer noblen Automarke. Wow, what a fight, what a really great fight. Beautiful how his work in the match. Beautiful left track, here on the back. Yeah, yeah, yeah. Die Ribatsch-Kollektion wird laufend erweitert. Sie orientiert sich an aktuelle Modetrends, aber auch an ökologischen Aspekten, ist selbstverständlich bis 30 Meter wasserdicht und stossfest. Das Glas besteht aus kratzfestem Mineralglas und aus dem Schweizer ETA-Quarzwerk geben wir zwei Jahre Garantie. Mit diesen Werten kann ein gewöhnliches Osterei natürlich nicht mithalten, aber genauso viel Spass macht es natürlich trotzdem immer noch. Evian, das weltbekannte Mineralwasser, offerieren wir Ihnen zum Aktionspreis. Schauen Sie doch dazu den entsprechenden Spot im Markenfenster. Bevor es sich Evian nennen darf, wird das Wasser der Alpen von Gletschersedimenten während Jahrzehnten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3 cm pro Stunde gefiltert. Evian, das Wasser, das Sie trinken, ist so wertvoll wie die Luft, die Sie atmen. Grüne und weisse Spargel haben jetzt Saison. Rezepte mit diesen Frühlingsgemüsen haben wir Ihnen schon in allen Varianten gezeigt. Diesmal ist es eine besonders leichte, mit lustiger Soße, zubereitet von Armin Amrain. Die grünen hier gibt es dieses Wochenende übrigens bei Coop zum Aktionspreis. Ein Grund mehr zum Zugreifen. Grüezi miteinander. Die Spargel wie üblich vom Stehlandsatz her 2 bis 3 cm kürzen. Die weissen gut schälen, die grünen eher nur am Stehlende. Dann Bündelweiss im kochenden Wasser mit etwas Salz, Zucker, Zitronensaft und Ankelo ziehen. Die grünen 15 bis 20 Minuten, die weissen je nach Dicke gut 30 Minuten. Das Rezept für die verschiedenen Soßen, die man zum Teil im Voraus vorbereiten kann, finde ich Sie jetzt in der Coop-Zeitung. Unter anderem auch eher ungewohnte, wie das mit den Kürbiskernen. Kürbiskernen fein hacken, am einfachsten geht es in die Kötter. Ein halbes Joghurt Natur und einen Teelöffel Zitronensaft beimischen. Mit Knoblauchpulver und Salzwürzen und bis zum Servieren kaltstellen. Auch Klassiker wie eine Sauce Hollandaise, eine leichte Winaigrette oder eine pikante Tartarsauce aus der Coop-Zeitung passen wunderbar zu diesen Spargelen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Gesunde und ausgewogene Mahlzeiten wie die von Armin Amrain werden bekanntlich öfters wegen Hektik und Zeitmangel verhindert. Als Coop-Exklusivität gibt es darum jetzt Santogen, die neuartige Vitaminlinie zur täglichen Nahrungsergänzung. Santogenprodukte sind abgestimmt auf Bedürfnisse der verschiedenen Lebenssituationen. Jedes Produkt deckt in der Regel 100% vom empfohlenen Tagesbedarf an Vitaminen. Santogen ist darum ideal für die ganze Familie. Sportlich aktive Personen versorgen Santogen Fitness mit Vitaminen und Mineralstoffen und steigern die Leistungsfähigkeit. Santogen Protection unterstützt das Immunsystem und stärkt die Abwehrkraft. Santogen Energy empfiehlt sich bei Anzeichen von Müdigkeit und Stress, auch bei Jugendlichen und ist eine ideale Ergänzung bei verändernden Essgewohnheiten der Senioren. Die neue Vitaminlinie Santogen kommen Sie exklusiv bei Coop im Bonbon-Reyon über. Und mehr Informationen darüber gibt es auch im Internet. Jetzt wie immer ein Hinweis auf ein paar von unseren schönsten Aktionen. Arni Ostereili, Giandino oder Aridor kosten 7,90 Euro. Und alle 500g Packungen Jubilor Bonenkaffee 4,70 Euro. Mit der Go-Profit-Plus-Karte kommen Sie Nesquik-Serialien von Nestlé günstiger rüber. Und eine Neutronic-Stereo-Anlage mit Radio, CD und Tape gibt es für 119 Franken. Sie wissen ja, Go-Profit-Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Bargeldlos rund um die Welt. Unter diesem Motto offeriert Go-Pank jetzt allen Go-Profit-Karteninhabern diese weltweit akzeptierte Kreditkarte zu sensationellen Konditionen. Sie wählen aus zwischen der Go-Pank Eurocard Silber und der Go-Pank Eurocard Gold. Und Go-Pank schenkt Ihnen die erste Jahresgebühr von 50, respektive 150 Franken. Und weil die Reisezeit schon bald wieder vor der Tür steht, kommen Sie die praktische Bauchtasche zum Aufbewahren von Ihren Wertsachen gratis mit dazu rüber. Sie können jetzt gerade profitieren von diesem Angebot über die Gratis-Telefonnummer 0800 55 42 77. Rufen Sie also an und verlangen Sie den Prospekt. Die Telefone der Go-Pank sind noch bis abends um 10 Uhr bedient. Das war es für heute. Danke, dass Sie es einladen. Wieder einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.